und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei killing flow wieder zu dritt mit dem eric und dem kevin die sind beide da hoffe ich mal ich habe mal den knopf gedrückt beihänder für alle den nutzt nur keiner was passiert wenn man da rein springt kann man nicht habe ich auch schon probiert woher wusste ich dass du das als erstes mutierst du zu einem gott und schaffst level ohne probleme ja genau ich muss da rein springen ach ihr seid mal gerade die andere richtung gelaufen auch gut denke wir verteidigen einfach hier den kompletten rauben wenn so einfach wäre die sind nicht alle bei euch und ich krieg keine kills guter start jetzt beendet ihr kommt vor der andere tür nicht nur da leider achtung guck mal die sich schön in einer reihe aufstellen schön schön weiter so wenn ihr fertig sein kann ich die händler kapsel wieder öffnen du weißt du war zwar noch nicht möglich aber ich brauche bauen ja mach einfach das war der letzte geht zur angezeigten kapsel für mehr ausgesucht das ging doch jetzt mal ganz gut du hast das geld verdient jetzt gibt es aus und und wie viel habe ich noch in der neuen millimeter ich habe mir schon gegönnt wie sieht das mit munition aus wenn wir wieder vorgehen in einem großen raum können wir machen ich finde der hier ist auch kurz verteidigen ja aber nicht kurz zum abhauen ein bisschen eng wir sagten dass wir abhauen wollen irgendwann müssen wir wir müssen zurückziehen hier ich glaube der große raum ist gut ja weil hier kannst du zur not im kreis rennen die ganze zeit ja dann drehen immer drei um und laufen in die andere richtung und die kommen dir dann entgegen die machte kalt die klick klack klick klack klick klack 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 ok Fernseher sind kugelsicher ne sprengfall an die tür machen mach das ich behaupte die zu hier im Auge zurück in den Kampf Mesami Da sind wir im Moment die einzige offene tür Das heißt, sie werden höchstwahrscheinlich von hier kommen. Oder? Wirklich? Ah. So, eine offen, eine mit einer Falle. Perfekt. Natürlich kommen die alle von hier. Gleich macht's bumm. Nee, auf der anderen Seite ist auch einiges los. Ich versuch mal, die andere Tür zu halten. So, wenn's eben geht. Aber bloß, wir kommen da jetzt gleich durch. Die kommen aus Processing. Ist da eine Sprengfalle dran? Ja, natürlich. Nice. Da hast du's. Rot geschmeißte Türen zum Sprengfall. Oh nein, ich fühle mich angekotzt. Okay. Hast du was gesagt? Oh. An dir ist eine Getarnte vorbeigekommen. Passt auf, nicht, dass ihr euch in den Rücken fällt. Die dreh' mich in den Arsch. Die kann mich mal nicht so kommen. Da ist er! Ausgezeichnet. Das sind fast alle. Schön, schön. Genieße es. Bist du tot? Ich bin blind! Ach, nein, nicht schon wieder. Das kommt ja nicht schnell genug weg. Das war der Gicke. Komm schon, komm schon! Komm. Boah, ist das eklig so in Slow-Mo. Es freut mich, dass ihr es geschafft habt. Geht zur Kapsel und rüstet euch aus. Wollte... Wollte gerade fragen, will mich jemand heil. Wollte Arbeit geleistet. Äh, ja. Alle haben überlebt. Okay. Äh, wo rennt ihr hin? Die Kapsel ist doch hier. Zur Kapsel. Nein, mir wird die woanders angezeigt. Wahrscheinlich, weil die Tür zu ist. Hey, oder weil mein Weg ein Kürzer ist und bei euch euer Weg. Ja. Ja. Oh, Munition. Nice. Spare ich schon ein bisschen was. Immer noch nicht genügend Geld für irgendwas. Aber hey, ist ja gerade mal die zweite Runde rum. Öffne das Handelsmenü und verbessere deine Ausrüstung. Ja, damit alles mitnehmen. Ja. Noch mehr Munition. Setz geortet. Ich muss die Kapsel gleich schließen. So. Hm, hm, hm. Wollten wir wieder da. Dürrass, hilf! Wohin denn? Wieder zurück in den anderen Raum? Junge. Das nervt. Die Tür. Beeilung, die Sets kommen näher. Ach ja. Hier, jeder eine Tür. Danke, aber ich bin voll geheilt. Ist mir egal. Die Zeit ist um. Geht und tötet mehr Sets. Also wir bleiben hier. Okay. Wir sind verdammt nochmal alle am Leben. Wir sollten zu. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Du schreist, wenn es bei dir Probleme gibt? Gut. Aber natürlich. So. Oh, oh. Guter Start. Jetzt beendet den Auftrag. Allee. Niemals. Meine Rolle. Sirene. Meine Rolle. Sirene tot. Er kommt zurecht? Ja, bis jetzt schon. Ein Gehstepp erhöht. Wer zu sterben? Hey. Getroffen. Man sieht, wie viel Kugeln der Vetter noch frisst. Erledigt die letzten Sets. Dann kann ich die Händler-Kapsel für euch öffnen. Neues Magazin. So, Sekunde. Das haben wir gleich. Ich brauche Deckung. Ich hasse sie drehen. Hinter dir. Hier reiß ich den Arsch auf. Mich könntest du noch mal. Das war der Letzte. Nice. Danke. Geh zur angezeigten Kapsel für mehr Ausrüstung. Okay, das war mal eine günstige Runde. Diesmal ist niemand gestorben. Die Stelle war echt super, aber ich glaube, wenn da mehr Viecher kommen, haben wir ein kleines Problem. Ja, die machen wir halt auch mal egal. Also passt schon. Jo, probieren wir's. Meine Heizlehrer. Könntest du dann meine Tür, die sie kaputt gemacht haben, wieder reparieren? Tausend. Ah, scheiße. Ich muss so. Okay, ich glaube, nächste Runde habe ich dann die AA. Ja, ich kann die Tür reparieren. Ähm, welche war das denn? Äh, den Gang komplett hoch und dann rechts. Die oberste Tür rechts. Die Gang komplett hoch. Ach, hier, ja, ja. So, ja. Anlegen. Reparier, die Blöde. Nein, ich kann die Tür gerade nicht reparieren. Doch, jetzt. Vielleicht kann ich die Tür heilen. Ich schließe die Kapsel gleich. Kannst du probieren. Sekunde. Nee, er als Unterstützer kann die Tür heilen. Ich heile jetzt die Tür. Sekunde. Aber das ist echt so ewig. Gebt euer Bestes. So, jetzt kannst du. Bleib mal stehen. Ich wollte mal wieder Munition. Ja, nimm dir. Ja, geht nicht. Hier läuft alles. Hier alles gut. Wie hat der mich getroffen? Der hat gerade in sein Gegner geschossen. Ah, hast du gedacht, das ist so geil. Ähm, könnte ich die Tür mal... Erik, warum rennst du von deiner Tür weg? Ich hab mir nicht so gebraucht. Sorry. Kevin, hier könnte ich mal eine Sprengladung gebrauchen, weil die Kettensäge mag mich nicht. Nice. Muss nochmal nachladen. Gute Arbeit. Wir können die Händlerkapsel bald wieder öffnen. Okay, das war der Dicke. Ich kümmere mich um den Rest. Alter, wie der Raum hier aussieht. Hier kommt zurecht. Herr Himmel, acht auf. Nice. Du musst ja meine Tür wieder reparieren, ne? Die Kapsel ist wieder offen. Ja, mach ich, sobald ich eingekauft hab. Das ist ja nicht weiter. Hab ich dann noch genügend Zeit, die Tür zu reparieren. Es freut mich immer, wenn alle überleben. Das Paradies eines jeden Geeks. Ich hab keine Munition noch gekriegt. Schön, dass du wieder zurück bist. Könntest du gleich nehmen. Blute nicht alles voll. So, Herr Himmel, der Autoschrotflinte. Alles auffüllen. Geld hat nicht zufällig jemand von mich. Äh, drauf kann ich zum Abend, wenn ich Munition hätte. Könntest du gleich sagen. Ich hab Munition gefunden, kein Problem. Ich hab Geld gefunden. Oh, vielen Dank. Dann kann ich meine Weste noch ein bisschen reparieren. Okay, perfekt. Und noch ein bisschen Schrotwind-Munition. Ja, das sieht doch gut aus. Jetzt kann ich auch mehr IA-12-Munition machen. Und ich kümmere mich mal um die Tür von Kevin. Wenn jemand irgendwo eine Waffe legen sieht, ich hab gerade nur die Medischrotflinte. Würde ich Bescheid sagen, ja. So. So. Was, dann. Ich geh mal spazieren. Na, komm schon. Die Zeit ist fast um. Witt. Ich hab's gleich repariert. Moment. Tür ist repariert. Mehr Sets geortet. Zurück in den Kampf, Mesami. Erik, wo bist du? Ich komme. Okay, dann stell dich in deine Tür. Und dann schauen wir mal, dass wir's hinkriegen. Wie ein Fallgitter. Nichts kommt hier drauf. Hier kommen die Ersten. Erik, bleib bitte an deiner Tür. Ab und. Bleib. Erdammt nochmal tot. Ich höre einen Flashpound, der irgendwo mal in eine Richtung kommt. weiter stammt. Aber es sind noch viele Sets übrig. Äh, hinten. Bei mir. Ich lau' mal eine Sekunde. Okay. Kommst du mit der? Klar, dann kümmere ich mich um die Sirene und den kräftlichen Scheiß. Ja, ja, damit. Äh, Flashpound. Jo, unterwegs. Ich lade nach. Ich räum den Gang frei, dann können wir notfalls abhauen. Räuchst du das noch vor, Kumpel? Ne, hab's aber verdreut. Ausgezeichnet. Ist er tot? Das sind fast alle. Ja, aber da ist noch eine Kettensäge. Bin unterwegs. Ich brauch Heal. Nichts du. Kettensäge ist weg. Dankeschön. Ich könnte es mit der ganzen Welt aufnehmen. Macht immer die letzten drei. Ich kümmere mich um die Tür schon mal. Lasst mal, hebt mal den letzten noch kurz auf. Bitte. Wenn es geht. Dann kann ich nämlich schon mal mehr von der Tür reparieren. Und die Tür komplett reparieren. Geh sie um den Kopf runter, dann läuft der ja auch noch. So, jetzt. Genau, der ist fertig. Ich fliege dich wieder zusammen. Okay, die Stelle ist gut. Nur einer muss halt seinen Gang irgendwie so freiräumen, dass wir notfalls auch abhauen können. Ja, bei mir kommt ja auch kaum was durch. Wenn die mal die Tür aufgemacht haben, dann macht's bumm und dann sind sie erst mal weg. Gut, okay. Bzw. ich hab einen Granatwerfer. Ich mach den Gang ganz schnell frei. Das ist gut. Ah, ne, ne Armbrust will ich nicht. Hatten wir eine noch 20er für mich? Ja, klar. Ich hab alles, was ich tragen kann. Ich kaufe mal noch ne MP7. So, wir müssen zurück ins Flot. Sieht aus wie ein Spielzeug. Hat aber richtig Wumms. Sieht aus wie ein Spielzeug. Hat aber richtig Wumms. Ey, das ist doch gut. Ich hab gar gedacht, da ist schon der Erste. Letzte Chance. Wie muss die Kapsel zumachen? Wie dieser Raum hier schon aussieht. Guck mal den Gang hier an, ey. Machst du die Tür zu? Die Kapsel ist geschlossen. Gebt euer Bestes. Vielleicht von der richtigen Seite. Ja, ich hab nur C4 draußen platziert. Als was größeres versucht, hier reinzukommen. Shit, ich hab's grad verkannt. Ähm, wo ist der Flot? Noch nicht da. Ich könnte wetten, bei mir an der Tür. Wow. Lass den mal ruhig kommen. Ja, machen wir. Ja, da kommt er. Ihr habt ihnen Schiff zugesetzt. Aber es sind noch einige. Ach, wie wie so eine Sirene aushält. Räuchst du das noch vollkommen? Danke. Irgendwer steigt mir die ganze Zeit die Kills. Das ist nicht nett. Hab den Scragg, aber den krieg ich schon hin. Deine Treffsicherheit ist gut, mein Freund. Ich hab noch was, was brennt. Ach, weißt du was? Ich kann hier jederzeit Tenaten bekommen. Jetzt kommt ein Flashbound. Ja, wir werden auch gleich wissen, woher. Bei mir nicht. Da ist es bei mir. Und ist Sirene. Muss nachladen. Hi Flashbound. Tschüss Flashbound. Nice, sehr schön. So, euch läuft noch alles. Nice. Wir hätten den vielleicht noch ein bisschen aufheben sollen. Das ist das erste Mal, dass mir die Munition nicht so krass ausgeht. Und ich könnte noch eine kleine Sprüche vertragen, wenn jemand eine Sekunde bezahlt hat. Nein, nein, nein. Oh Gott, ich hätte fast die falsche Waffen verkauft. Wie gut ist die Chris eigentlich? Wie, wie sie begehren. Sie ist sehr geil. Heute Abend zahle ich wohl. Errungenschaft, Wohltäter. Nice. Dann teste ich mal die Chris noch zusätzlich zu meiner AA-12. Da liegt noch was am Boden rum. Mehr Sets im Anmarsch. Packt eure Sachen zusammen. Äh, nö. Hab eine. Ich kümmere mich mal um deine Tür. Äh, Quatsch. Hier ist es hier. Ich bin ja schon dran vorbei, ja. Wo sind sie jetzt schon wieder hin? Ich krieg's wahrscheinlich nicht hundertprozentig repariert, aber ich probier's. Ist unsere Munition aufgestoppt? Ja, holt jemand noch den Arscher. Hm. Oh nein, Munition geht auch. Ja, dann komm her und hol dir. Ja, gerne. So, Sekunde. Die Zeit ist um. Tür ist fertig. Geht und tötet mehr Sets. Mit meiner Schweißarbeit. Vergesst nicht. Wir sind Profis. Perfekt, dann ist die Rückseite wieder geteckt. Nichts. Irgendwas Dickes. Kommt in meine Richtung. Erik, du bist immer lustig, wenn's Stress gibt bei dir. Alles gut, ich hab's im Ding. Ich guck die ganze Zeit in die Türen. Guter Start. Jetzt beende den Auftrag. Hey, nice. Die ist richtig gut. Ich melde mich, wenn ich Hilfe brauche. Aber ich hab grad sonst nix zu tun. Also darf ich ruhig einmal schießen. Ausnahmsweise. Nee, der darf keiner sein. Du bist auch in der Sport. Bleib! Es darf doch mein Tod. Bei mir. Ich laske mich mal kosten. Ich muss noch. Warten. Eine Sekunde. Da kommt der Nächste. Natürlich geht er wieder direkt auf mich los. Auf ihn. Ich gebe wieder meine Tür Sekunde. Das sind fast alle. Wo das herkommt, gibt es noch sehr viele Toren. Ich bin übrigens kein Medic mehr, ne? Du bist kein Medic mehr? Mach das Beste aus deinem letzten Kauf. Ich kann mich... Achso, du bist kein Medic mehr. Okay. Kann ich sein. Trotzdem heilen. Warte kurz. Du blutest ein wenig. Ja, hab ich schon. Aber du wirst überleben. Soll ich die Tür nochmal reparieren? Wollen wir hier unseren Last Stand feiern? Dann Sekunde, ich repariere die Tür noch kurz. Kann mir jemand eine kugelsichere Weste mitbringen, wenn ihr schon einkaufen geht? Wenn das so einfach ginge. Ja, das wäre echt super. Aber wir gehen zum Laden, wir bringen dir was mit. Ich brauche Deckung. Öffne das Handelsmenü und verbessere deine Ausrüstung. So. So. Dann los. Du hast mich geheilt. Deswegen habe ich Naturwissenschaft in der Schule gehasst. Brauchen wir noch immer Kohle? Ja, muss ich auch gerade bringen. Ich habe auch noch. In der letzten Runde hat man immer Kohle. Mit der Flut zu kämpfen. Sondern mit der Gegenwärmung. Nicht hier machen, wenn man vorgestauten ist zum Beispiel. Weniger reden. Wer kommt jetzt hier? Ich brauche nochmal so eine Funktion Neue Runde Plus, wo man die Kohle von der letzten Runde mitnehmen kann. Und dann am Anfang... Das wäre nice. Er steckt jetzt für erst mal. Jetzt kommt der Boss, ne? Ja. Machst du nicht ganz so, nur so, dass wir eine Falle haben? Ja, ist gut. Das war jetzt vielleicht nicht unbedingt so super. Du hast uns gerade mit dem Boss hier drin eingeschlossen. Sicher, dass er hier drin spawnt? Nein, tut er nicht, aber... Ja, also, wenn er hier reinkommt, dann macht's Bumm. Guck, der kommt da raus. Ich weiß, woher herkommt. Freunde, wir sind durch! Kack, Mann! Muss nachladen! Muss nachladen! Warum schiefst du? Hier reichen den Arm ab! Oh! Ha! Katsching! Yes! Okay, das war, glaube ich, die schnellste Bossrunde, die wir je gespielt haben. Er konnte nicht flüchten, war alles super. Ja. So, läuft er ab. Yay! Beziehungsweise, wenn er es versucht hätte, wäre er explodiert. Alter, nice. Okay. Z schlechter, 205. Yes! An dieser Stelle nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Minute. Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Adios! Tschüss! 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 Tschüss!